Was ist das, gibt es jemanden von euch, der vielleicht auch Schwierigkeiten hat, sich zu fokussieren? So generell in der Arbeit, bei den tausend Projekten, die es überhaupt im Leben gibt und all den Möglichkeiten. Ich habe irrsinnig viele Ideen gehabt, was ich irgendwann mal machen möchte. Es ist zu viel, um es leserlich auf eine Folie zu packen. Ich möchte euch heute erzählen, wie ich zu den zwei Projekten gekommen bin, an denen ich jetzt arbeite und was ich dabei gelernt habe. Ein bisschen Background zu meiner Person, beziehungsweise mein Name ist Thomas Dori, vielen Dank für die Einladung. Jetzt der offizielle Beginn. Für den Fokus im Kleinen, finde ich, funktioniert richtig gut Meditation. Hat irgendwer von euch schon mal meditiert? Also Headspace habe ich 2014 entdeckt, einfach zufällig, weil es eine Featured-App war im App-Store und bin immer interessiert. Und haben das mal runtergeladen und angesehen und habe dann festgestellt, nach zwei Wochen Meditation, ich kriege während der Arbeit viel schneller mit, wenn meine Gedanken abdriften. Und war plötzlich produktiver. Ich mache das seitdem eigentlich mehr oder weniger regelmäßig. Ich habe es einmal geschafft, ein Jahr durchzumeditieren. Auch nicht immer ganz ernst, aber zumindest war ich jeden Tag dabei. Ein bisschen was zu meinem Hintergrund. Ich habe studiert an der TU Wien, zuerst Medieninformatik und dann Software Engineering, also zuerst Pack, dann Master. Und war nach dem Studium, da haben wir gedacht, es ist Zeit für Auslandserfahrung, was ich während des Studiums nicht hatte und bin einfach nach Singapur. Ich wollte eigentlich nach San Francisco und bin nach Zuwahl in Singapur gelandet. Wo ich auch das Meditieren entdeckt habe. Das war drei Monate Voluntary Internship. So hat sich das irgendwie ergeben und bin dann eingestellt worden. Ist dann doch noch ein ganzes Jahr aus den drei Monaten geworden. Bin dann ins Office nach New York gewechselt, war auch sehr spannend dort. Hatte aber immer schon seit dem Studium das Bedürfnis, irgendwie etwas Eigenes zu machen. Und habe darüber mit meinem damaligen Chef geredet. Und ich kann mich dann genau erinnern, er hat gemeint, ja, wenn ich dann selbstständig bin, werde ich auch drauf kommen, dass es am Ende des Tages nur einen Gott gibt und der heißt Umsatz. Und das finde ich eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt nicht deswegen, aber grundsätzlich. Ich bin einfach dort weg aus New York und bin dorthin, wo ich eigentlich hinwollte. Nehme ich nach San Francisco. Und habe dort mir überlegt, was will ich jetzt eigentlich von diesen vielen Dingen machen. Barista ist es nicht geworden, so viel kann ich euch versprechen. Es ist dort etwas, es gibt dort einen Bereich, der dort viel stärker ausgeprägt ist als bei uns. Das ist das Product Management. Und zwar nicht so als Product Marketing Manager, wie es es hier oft schon gibt, sondern wirklich als Schnittstelle zwischen Design, Technik und Business. Hallo. Und das hat mir einfach, diese drei Bereiche, einfach weil ich so viele unterschiedliche Interessen hatte, habe mir gedacht, genau das ist es. Dort endlich eine Möglichkeit, um all diese Interessen irgendwo zu verbinden. Und habe mich dann auch wirklich versucht, aktiv zu bewerben dort. Und es gibt dort auch Product Management Schools und Kurse und etc. Und dann sieht sich eines Tages in einem Café und kriege einen Artikel zugeschickt von einer Freundin aus Singapur zu Digital Product Studios. Und das hat mir, dann habe ich mir gedacht, das ist es eigentlich. Das ist noch viel mehr als Digital, als Product Management. Die prophezeien, beziehungsweise haben beobachtet, Marvel in diesem ewig langen Artikel, also ich glaube, ich habe wirklich eine Stunde daran gelesen, dass Leute nicht mehr interessiert sein werden, nur in einer Agentur zu arbeiten, von einem Projekt zum nächsten oder nur Consulting zu betreiben, rund um die Uhr, ständig, busy oder nur Startup-Hektik und Stress, wo man nie weiß, ob es die Firma morgen eigentlich noch gibt. Und die haben prophezeit, beziehungsweise haben gesagt, die neue Form, beziehungsweise das, wo alle mal hinwollen oder hin möchten, sind Digital Consultancies oder Digital Product Studios. Man sieht auch den Trend, zum Beispiel die großen Consulting-Unternehmen wie BCG, McKinsey, haben alle jetzt Agenturen in den letzten Jahren aufgekauft oder selber gegründet, einfach weil ein digitaler Fokus hermuss. Also die haben das alle verstanden und kennen auch irrsinnig viele Berater, die sich mit Startups beschäftigen, weil man einfach verstanden hat, dass sich all diese Bereiche irgendwo ergänzen und dass es nicht mehr alleine stehen muss. Und was ist ein Digital Product Studio jetzt genau? Es sind vier Bereiche, es sind die Digital Services, es sind, es ist Consulting, reines Consulting, es sind eigene Produkte und es ist die eine oder andere Form von Investment in Startups. Cool, das mache ich, bin zurück nach Wien und habe hier Anwert gegründet. Es war eine ziemlich lange Suche, bis ich einen Namen gefunden habe, der mir gefallen hat. Fun Fact, ich bin dann irgendwann zum Toilier gegangen, habe das Österreich-Wörterbuch irgendwo bei A aufgeschlagen und habe das Wort Anwert gefunden, das besonderes Ansehen bedeutet und noch keine Domänen belegt war. Also habe ich gedacht, das ist ganz gut, das nehme ich. Es ist auch irgendwo das, was ich machen möchte. Ich möchte den Unternehmen helfen, dem Mehrwert, den sie bieten, auch zu kommunizieren. Also habe ich das auch gemacht, eben diese vier Dinge zu implementieren und habe angefangen mit dem Consulting. Ich habe begonnen, Unternehmen, wo ich schon Connections hatte, mit denen zu sprechen, denen grundsätzlich mal zu erzählen, was ich eigentlich machen möchte, beziehungsweise wo meine Expertise ist. Und es hat dann wirklich funktioniert und habe das eine oder andere Consulting-Projekt auch bekommen und verwende dabei unter anderem Lego Serious Play. Es ist ein bisschen zu wenig Zeit gewesen heute, um jetzt wirklich Legosteine für alle mitzubringen und einen interaktiven Lego-Workshop zu machen. Aber ich mache immer wieder gratis Introduction to Lego Serious Play Workshops, wo ihr gerne mal vorbeikommen könnt. Es ist grundsätzlich eine irrsinnige tolle Methode, weil man aus dem Kopf rausgeht, weil man die Hände benutzt und du kriegst selbst die steifesten Leute dazu, innerhalb von zehn Minuten ihre innersten Wertvorstellungen preiszugeben und zu sagen, warum sie es gerne harmonisch haben, warum sie es gerne jedem recht machen und so weiter. Also ich verwende auch andere Facilitation-Methoden, aber das funktioniert einfach richtig gut und macht eigentlich immer Spaß. Ich mache auch Webseiten und Apps und Content-Marketing, da das Technische irgendwo mein Hintergrund ist und das ganze Strategische und Content-Wissen immer irgendwo in den Agenturen angeeignet habe, aber nicht alleine. Ich mache das mittlerweile mit sieben Freelancern und je nachdem, was das für ein Projekt ist, sehe ich dann den hinzu, den es interessiert. Derzeit, also ich mache das Ganze seit eineinhalb Jahren circa und habe jetzt ungefähr zehn Kunden, mit denen ich mehr oder weniger regelmäßig arbeite. Ich entwickle auch jetzt seit circa ein, zwei Monaten eine App, die sich stark mit Personal Development beschäftigt. Warum Personal Development? Werden wir es später noch sehen. Und ich habe jetzt angefangen, vor ein paar Wochen mit einem Startup zu arbeiten, zu einem geringeren Preis dafür, mit der Option, eben ins Unternehmen einzusteigen. Und das macht, ich finde, all diese Bereiche ergänzen sich eigentlich sehr gut. Was für euch vielleicht interessant ist, und das heißt nicht, dass das der Optimalweg ist, aber so habe ich begonnen. Ich habe zuerst mit früheren Kollegen und Bekannten und Vereinen oder Vereinskollegen gesprochen und denen erzählt, was ich mache oder was ich machen möchte. Und so haben sich die ersten Projekte ergeben. Und jetzt seit ein paar Monaten bin ich dann auch aktiver dran, wirklich mehr auf Events zu gehen, diese gratis Lego Series Play Events zu machen und auch eigene Blogartikel zu schreiben. Aber am Anfang war es einfach viel effizienter, die bestehenden Connections und Ressourcen zu nutzen, die ich schon hatte, um da wirklich schneller starten zu können. Was habe ich jetzt in den eineinhalb Jahren gelernt? Zumindest ein bisschen was. Es ist manchmal ziemlich zart. Aber es ist okay, weil sonst würde es ja jeder machen, oder? Und das Wichtige, was ich für mich persönlich gelernt habe, ist jetzt nicht schnell, irgendwo hinzukommen, sondern eine Vision zu haben und Durchhaltevermögen zu beweisen. Das ist es, was einen, glaube ich, im Long Run von anderen unterscheiden wird. Was ich auch schmerzlich gelernt habe, ist, dass man gewisse Unterhaltungen, wie zum Beispiel ein Angebot oder einen neuen Designvorschlag besser face-to-face kommuniziert, weil man nie das, was man sich überlegt hat beim Verfassen eines Dokuments, nur über das Dokument kommunizieren können wird. Ich glaube, wenn ich mal ein Angebot ausschicke und der Kunde regt sich nicht auf, dass es teuer ist, dann war es zu billig. Die richtigen Leute zu finden, ist gar nicht so leicht. Ich habe den Anspruch, Leute mit Freelancern zu arbeiten, denen der Auftrag, an dem wir gemeinsam arbeiten, auch Spaß macht. Also wenn ich zum Beispiel für einen Steuerberater oder Unternehmensberater was mache, dann soll die Person, die was schreibt dazu oder das Design macht, auch Spaß daran haben. Wenn das Leute sind, die immer nur Lifestyle-Produkte designen oder beschreiben, dann wird es denen wahrscheinlich weniger Spaß machen. Und da die richtigen Leute zu finden, die gut sind und die das, was jetzt in dem Projekt gefordert ist, auch gern machen, ist gar nicht so leicht. Zusätzlich ist es, es gibt einfach kein perfektes Team in Wirklichkeit. Wir haben alle irgendwo unsere Ecken und Kanten und die Herausforderung, und das hat der Peter Drucker so schön beschrieben, ist es, diese Ecken und Kanten irgendwo zu ignorieren und die Stärken irgendwie so gut wie möglich hervorzukehren und zu nutzen und gemeinsam was zu erreichen. Das war es von dem Digital Product Studio. Das ist die eine Hälfte von dem, was ich mache. Das ist das, wo ich Geld verdiene. Und das andere, was ich mache, heißt, I'm good. Und bevor ich euch erzähle, was es ist, erzähle ich euch, wie es dazu gekommen ist. Ich habe euch erzählt, ich habe in New York gearbeitet und das war der Ort, wo wir uns immer das Mittagessen geholt haben. Heißt Essen fast Slow Food. Und hier oben sieht man es ganz schön, das sind alles Plastik-Container. Man packt sich halt das Essen in einen Plastik-Container, tut es in einen Plastik-Sackerl, isst es mit Plastik-Besteck, was vorher in Plastik-Folliert war, und dann schmeißt man wieder alles weg. Das macht man jeden Tag. Ich meine, das ist irgendwo verrückt. Ich habe zumindest für mich beschlossen, meine eigenen Boxen mitzunehmen. Und es ist ja nicht so, als würde man nicht belohnt werden, sondern New York ist ja fortschrittlich. Man kriegt zum Beispiel in gewissen Restaurants 15% Discount, wenn du mit dem Fahrrad kommst. Du kriegst immer 2 Dollar Rabatt, wenn du deine eigenen Boxen mitnimmst, etc. Also es ist ja grundsätzlich schon auch erwünscht. Und ich habe dann auch begonnen, mit Kollegen zu sprechen, unter anderem den David. Der hat zum Beispiel immer das Wasser aus den Plastik-Flaschen getrunken. Und es hat gar nicht besser geschmeckt, als das gefilterte Leitungswasser. Und ich bin gefragt, warum machst du das eigentlich? Und er hat kurz überlegt und hat gesagt, er hat noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Er wird es mal probieren und hat wirklich von dem Tag angefangen, das gefilterte Leitungswasser zu trinken und hat auch festgestellt, das ist eigentlich besser. Es haben auch Kollegen begonnen, keine Plastiksackerl zu nehmen, sondern zu sagen, no thanks, I'm good. Und da kommt der Name her. Und man hat gesagt, cool, man kann Leuten was erzählen und die ändern wirklich ihr Verhalten. Und ich habe dann begonnen, ein Newsletter zu schreiben, ist aber nur einer geworden oder zwei. Weil ich habe dann relativ bald gesehen, es gibt schon irrsinnig viel, was dir sagt, dass morgen irgendwo die Welt untergeht und dass wir alle daran schuld sind. Oder dass im Thunfisch-Sandwich Delphin ist und wir nichts tun können. Und ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein, ich will nicht solche Inhalte bringen, sondern ich möchte Inhalte bringen, die man irgendwo anwenden kann. Inhalte nicht nur zu einem Thema, weil sobald man über Konsum spricht oder Plastik, muss man irgendwo über Ernährung sprechen, weil das meiste, was in Plastik, was wir kaufen, was in Plastik verpackt ist, ist Essen. Sobald man über Essen spricht, kommt Bewegung dazu. Sobald man über Konsum spricht, Awareness. Und diese Themen sind alle irgendwo miteinander verbunden. Und das Ganze soll einen positiven Impact auf dein Leben haben, weil wozu machst du es sonst? Ich glaube, die Welt zu Redner ist für die meisten zu groß. Deswegen, glaube ich, muss man irgendwo bei sich selber anfangen und bewusstere Entscheidungen treffen. Ich glaube, dann, wenn man sich bewusster ist, was man tut, warum man es tut, trifft man automatisch die besseren Entscheidungen für sich, seine Mitmenschen und die Umwelt. Und so habe ich mich dann begonnen, einfach mit Freunden auszutauschen, zum Beispiel zu, was macht man gegen Rückenschmerzen, wenn man den ganzen Tag vor dem Computer sitzt. Und die Flora, man sieht es da recht schlecht, war so nett, uns mal eine erste Pilatesstunde zu geben, zum Beispiel. Wir haben uns ausgetauscht über Coaching, über Zero Waste und andere Themen und haben mir gedacht, mal schauen, ob das vielleicht in der breiteren Masse ankommt. Und dann im Impact Hub das dritte Event, das war das erste große gestartet, wo dann 80 Leute waren und seitdem ist es eigentlich bei 5, 6, 7, 8, es waren immer zwischen 60 und 100 Leuten. Wir hatten im Sommer ein Event am Tel Aviv Beach, haben dort die erste Before a Die Wall in Wien aufgebaut und dann vor zwei Wochen war unser letztes Event im Alten Rathaus, wo wir dem Tobias Judmeier zugehört haben über Waste Food Cooking und es war ganz interessant, wie viele Karotten zum Beispiel einfach im Müll landen, weil sie nicht schön genug fürs Bilderregal sind. Und Iss Mich, das ist der Catering Service von Tobias, der nimmt diese und macht daraus Eintöpfe zum Beispiel und verkauft das als Catering. Wir hatten den Alexander Oberenzer, der erzählt hat, was zu Personal Finance ist und wir haben dann noch sechs Mini-Workshops zu Produktivitätstechnik gemacht. Alles unter dem Generalthema Making More from Less, weil das ist irgendwie was, was schon auch jeder haben möchte. Unser nächstes Event wird Mitte Dezember sein, es wird im We Accelerate sein, also hier in der Nähe. Genaues Datum haben wir noch nicht, aber ihr könnt es euch mal online anmelden zum Newsletter und dann kriegt ihr alle Details zugeschickt. Ich spreche immer von wir, wir sind mittlerweile 16 Leute im Organisationsteam, also es ist gewachsen, ist da jetzt noch gar nicht jeder drauf und wir machen das alles freiwillig eigentlich in unserer Freizeit. Falls wer interessiert ist und mitarbeiten möchte, einfach melden. Was habe ich dabei gelernt in den letzten eineinhalb, zwei Jahren? Struktur ist ganz wichtig. Warum? Weil wenn das Team immer größer wird, weiß irgendwann einmal keiner mehr, woran er eigentlich arbeiten soll oder wer wofür verantwortlich ist. Deswegen haben wir begonnen, klare Bereiche zu definieren und zu sagen, wer arbeitet daran, aber auch gemeinsam uns zu überlegen im Team, was wollen wir dort eigentlich erreichen und was wollen wir tun. Wir haben auch jeden Bereich doppelt belegt, also es gibt zum Beispiel zwei Leute, die Social Media Postings betreuen, zwei Leute, die die Webseite betreuen, zwei Leute, die Locations suchen, weil es ist ein Verein, es arbeitet jeder freiwillig und man kann einfach mal keine Lust, keine Zeit haben oder krank sein und dann läuft es aber trotzdem weiter. Falls wer WordPress oder so interessiert ist und WordPress gerne daraus ausbauen möchte, auch gern gesehen. Also das mache bis jetzt noch ich, falls das jemand übernehmen möchte, sehr gerne. Einfach starten ist ganz wichtig, weil wir haben uns einfach zu fünf, zu sechs getroffen und es ist von dort aus gewachsen. Es ist auch wichtig, finde ich, bei Produkten einfach zu starten. Die Personal Development App, die ich vorhin angesprochen habe, spielt irgendwo bei einem gut hinein und unser erstes Produkt, das wir hatten, war eine WhatsApp Broadcast Liste, weil wir so innerhalb von einem Tag testen konnten, interessiert es überhaupt Leute, dass sie sich anmelden zu einem Service, der ihnen jeden Tag sagt, dass sie dem ersten Fremden auf der Straße High Five geben sollen, zum Beispiel. Hat ganz gut funktioniert, haben sich 50 Leute angemeldet und die haben dann zwei Wochen lang von uns diverse Aufgaben bekommen, skurrile, weniger skurrile und hatten da innerhalb von zwei Wochen ganz gutes Feedback und wissen jetzt, wo wir weiterarbeiten. Eine App, hätten wir eine App gebaut, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich noch immer keine Ergebnisse oder würden immer noch nicht wissen, was interessiert die Leute eigentlich. Manchmal ist aber mehr mehr und das ist besonders dann, wenn es um Promotion geht oder darum, Leute anzuschreiben. Also wir haben einfach so viele Leute bei unseren Events, weil jeder von den 16 im Team Freunde einlädt, auf Social Media postet, weil die Freunde von den Speakern kommen. Wir versuchen das wirklich ganz, ganz stark und so lange wie möglich, meistens wissen wir es erst eine Woche vorher, zu pushen und zu promoten und da merkt man wirklich, je mehr man macht, umso mehr Leute kommen, macht man nichts, kommt niemand. Overbooking haben wir auch gelernt, mindestens 100 Prozent, wenn es ein Gratis-Event ist, fallen mindestens 50 Prozent der Leute aus. Das heißt, wir werden in Zukunft immer 200 Leute zulassen und dann kommen wahrscheinlich 80. Zu guter Letzt, auch nicht unwichtig, die Erfolge feiern, und zwar die eigenen als auch die vom Team und das klingt vielleicht offensichtlich, für mich ist es nicht immer, weil wenn man gerade ein Projekt abschließt, während man eigentlich noch in zehn anderen ist, vergisst man irgendwo, dass man etwas abgeschlossen hat. Es ist auch wichtig, zusätzlich mit dem Team gemeinsam Erfolge zu feiern, weil es einfach das Team stärkt und Dinge viel automatischer und einfacher passieren. Das war es zu einem gut und das war mein zweites Projekt, von dem ich euch erzählen wollte. Das sind die zwei Dinge, an denen ich arbeite. Vielen Dank und wenn es noch Fragen gibt, bitte einfach melden. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus